Now it's time to play Call of Duty Ghosts im Multiplayer. Team Deathmatch, ich versuch wieder mein Glück. Ich hab momentan wieder ein paar Probleme mit dem Mikrofon und weiß einfach nicht warum. Das Mikrofon macht mir schon seit Wochen Probleme. Ich krieg's einfach nicht richtig eingestellt und ich hab jetzt auch langsam keine Ahnung mehr, was ich machen kann. So, wir nehmen mir den Hafti mit und ein Abschuss mit Super Moves hier, Spreng-Action. Feinde betreten was? Das Reha-Zentrum? Wo sind's denn? Wo sind's denn? Wo sind's denn? Kommen sie näher, kommen sie ran. Och, ich seh hier auch niemanden, niemanden seh ich hier. Niemand da. Na, endlich. Z-Comb, Z-Comb, what you gonna do? Danke, dass du mir zeigst, dass man da hochgehen kann. Cool. Ich hab ihn gesucht die ganze Zeit, ich dachte, er ist unter mir direkt. Aber nein, oh nein, 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 nein. Kommt schon. Darauf euer Abenteuer. Scheiß Explosives hier. Sieht man noch nix. Was? Ich finde sowas darf man nicht. Du warst das bestimmt. Z-Com Zerstörer. Come on dog. Let's do this. Hi. Dankeschön. Boah der Anschleicher. Sowas habe ich ja gerne. Solche Schleicherbubbel. Mir geht ja die Mumpe aus. Geil. He's a maniac. He's a masiac. Okay alles klar. So und jetzt hier den schönen locker flockig hier in die Ecke werfe. Ne in die Ecke hier ist gut. Oh nein. Heiß ich hab schon Hits gekickt. Du hast mich verfolgt. Du Sack. Bist du wenn man hier überall hochklettern muss? Sack der voll ab. Ich hab schon gute Hits kassiert. Ich muss hier weiter oben. Oh nein. Das war's. Das war's. Einen nur. Ein Maniac mit einem Kill. Ah. Zwei. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Broke. Halt. Ja da war ich schon voll am Abbluten. Naja okay. Aber. Das nehm ich jetzt mal so hin. Weißt du ich hab mich gut hingecatcht. Wattne ich's isch kann man ja nochmal machen. Ich muss mich wieder hinschmeißen. Direkt so ist es so diese Schwalbe. Die italienische Call of Duty Fußballschwalbe. Direkt beim Schießen den. Und dann klappt das auf. Weißt du. Man denkt. Oh er ist tot. Ah. Und dann schießt man ihn ab. So COD style. Einfach direkt. Ah. Auch schon schmeißen. Bevor man einen sieht. Also bevor man halt ein Feuerduell hat. Kann ja nur. Ah. Ah. Weil ich mich hingeschmissen habe. Haben die beiden gedacht. Ich bin schon down. Aber ich war noch gar nicht down for the count. Oh. Ich war richtig gut im Rennen. Und dann versaut es mir mit so einer Schnieferriefel hier. Mann. Ich war doch wieder im Business. Du Gauner. Ach. Da hatte ich den Haft. Die Abi. SADCOM Verbindung aktiv. Ja ja. SADCOM. Und hier um die Ecke schmeißen. Um die Ecke schmeißen. Um die Ecke schmeißen. Ah. Ich habe ihn nicht gesehen. Zu spät. Also eher gesagt. Hey dog. Hey dog. Was. Das dürfen die gar nicht. Das ist illegal. Und der dog. Oh Gott. Feindliche SADCOM gesichtet. SADCOM Verbindung aktiv. Sjip. Ah. Hier diese Hits. Immer so. Wir gewinnen diesen Kampf. Yo yo yo. Die schmeißen wir da hin. Das musste geschnitten werden. Deswegen die Flash vorher. Das war zu brutal. Die haben bereits einen Hund. Ach. Mein Hund ist. Ich habe den Murderhund. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Da er gedrückt. Hätte er mich gehabt. Hallo. Ich dachte. Das war meine. Das war nicht meine. Das war nicht meine. Das war die Verbindung aktiv. Lebt Hundus noch. Keine Meldung für Hundus bekommen. Hundus da muss noch leben. Sie haben die SADCOM zerstört. Hundekampf. Dogfight. Oh nein. Ich muss jetzt noch Haft ihn. Nein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye. Bye. Call of Duty. Nächste Runde kommt er noch dran. Geschnitten. Hier nochmal der finale Kill. Oh. Der Zweifel sieht visiert an. Hör auf. Crack. Laut Name. Bis gleich. Sehen wir wieder zurück. In Team Deathmatch. Crack Daniel ist Gott sei Dank im Gegnerteam. Nein. Das ist natürlich nur Spaß. War natürlich aber der finale Kill. War natürlich schon. Ne. Ihr wisst schon was ich meine. So jetzt habe ich hier meine 20 oder 10 Sekunden Skill unterdrückenden Lags. Also nicht wundern. Nein. Euer Video laggt nicht. Das ist Call of Duty Goats. Gute Spieler haben am Anfang diese Lags. Und ähm. Nein. Keine Ahnung woher das kommt. Jetzt geht's langsam weg. Noch nicht ganz. Aber gleich. So. Jetzt. Keine Ahnung warum. Hab's auch noch nicht geschafft das zu verhindern. Grafik ändern. Gehopst wie gesprungen. Schnurz wie Furz. Weißt du. Hallo. Feuergefecht Duell. Hinterlader. Schießt mir mir in die Seite da. Oh Gott. Oh Gott. Das war doch ein Feind. Ach recht. Ich mag diesen Stripclub nur von der anderen Seite. Und ich spiele dich gern. Wenn wir jetzt mal hier diese Change of Direction machen könnten. Dass ich hier auf dieser Seite bin. Schön wie du hier rumgelegen hast. Ich hau ab. Ich hau ab Mann. Und es ist mir zu heiß. Payday. Gott oh Gott. Ist hier einer? Hallo? Tot. Hier oben nimmt sich aber eine Sadcom hin. Nein. Nein. Handy kaputt. Handy kaputt Leute. Nochmal das Handy rausholen. Verbindung aktiv. Sind wir nämlich auf der coolen Seite. So in Camper 7. Und hier kann man nämlich viel besser schießen. Soll ich den denn da hinten? Oh. Fernkämpfen. Ah. Ah. Der böse Dork. Ich bin Dork. Oh Gott. Hier ist ja offen. Oh nein. Camper Nader. Was ist hier los Leute? Was ist hier los? Alle sind tot. Alle sind tot. Jeder. Wachhund wurde getötet. Nein. Nicht auch noch du. Chester. Was ist mit der Tankstelle passiert? Wo kommst du denn her? Wer bist denn du? Mhm. Wie geht's denn so? Meinem Juggernaut. Nur ich und er. Irgendeiner rastet hier voll außen. Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ich bin schon wieder in Pinkies gelandet. Ich komm auch immer wieder zum Club hier. Komm schon. Wiss ich bin ohne zu sterben wieder auf die Scheißseite gekommen. Oh. Yeah the maniac. Maniac. Duh duh duh. Okay wo seid ihr? Seid ihr hier? No food. No luck. But a lot of bullets. Feindliche Satcom gesichtet. Ich hör hier doch wen. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass hier niemand ist? Autsch. Autsch. Da oben. Ey auf meiner Stelle. Da hab ich abgeguckt. Weißt du was ich jetzt mache? Ich bin jetzt auf dem Seite gespawnt. Ich werde nun jetzt hier den Maniok Juggernaut werfen. Hoffen dass ich überlebe. Ja weißt du. Risky Business ist das. Da kommt er. Landet natürlich da oben drauf. Wo man nicht. Ah geil. In der Luft hat er ihn ausgepackt. Und jetzt wird gejoggert. Das ist der Joggernaut. Ja 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 ja. Wo willst du hin bro? Satcom Verbindung aktiv. Oh Fräulein. Hi Dame. Leider bin ich schon fast tot. Weshalb ich ein bisschen abhauen muss. Mein Gott. Ich brauche meinen Anzug Leute. Mein Gott. Mir geht es gar nicht gut. Könnte ich mich an Innenwind anschleichen. So weißt du. Sneaky. Sneaky Business. Jetzt. 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 Wir gewinnen diesen Kampf. Wieder Sneaky. Da habe ich Sneaky. Sneaky. Wir suchen uns ein Ziel. Wenn die Satcom irgendwas anschlägt. Und dann. Laufen wir los. Oh. Der wäre so geil gewesen. Und dann slide ich vorbei. Jetzt sehen wir es nochmal. Wie hier. Oh. Slide. Und dann vorbeigestochen. Ah. Zentex-Granade. Hallo. Oh. Komm schon. Doc. Wundekiller. Guten Tag. Der Herr. Ich bin krass. So richtig krass. Hitmarker. Ich bin ein Hitmaker. Ha ha. Kaffee. So. Hundi. Hunduster. Down. 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 Bin noch im Rennen. Oh. Oh. Jugger. Den kann ich jetzt einfach in die Mitte schmeißen. Weil es eh vorbei ist. Deswegen hier. So, egal, wir joggern hier noch Zack, zack, Ende im Gelände Zweimal den Jogger, er spielt King Der letzte Kill von Keyshain Crack Daniel schon wieder Schöne Runde für Crack Daniel Ja, 2.16, dann würde ich das Spiel auch aufhören Mein Freund Patricks Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Schaltet wieder ein, bis dahin und tschüss